Hallo meine lieben Zuschauer, ich wünsche euch erstmal heute einen schönen Dienstag, einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend und ich hoffe euer Pfingsten war schön. Ich habe gestern Abend gegen 9 Uhr habe ich ein LS22 Video hochgeladen, wo ich einfach nur einen schönen Abend gewünscht habe euch zu schauern und ja, dann hatte ich noch so ein Musikvideo hochgeladen auf dem neuen Kanal Happy4Gamer und ja, da habe ich einen neuen KI-Effekt ausprobiert. Ich denke, dass spätestens heute Nacht wieder ein Video von mir kommt und muss ich mal sehen, was ich mache. Ich habe schon ein, zwei Ideen, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ja, Resident Evil 7 würde ich gerne weitermachen. Das Spiel war ja damals defekt. Ich habe jetzt eine andere Version, aber ich kann die Videokassette im Spiel nicht im Videorekorder abspielen. Wann auch immer das liegt, das geht mit beiden Spielen nicht, mit beiden Versionen. Ja, leider geht das da nicht weiter. Muss ich mal sehen, ob ich das weiterspielen kann und weiter zeigen kann. Zweite Idee, die ich habe, ist Risen, Risen 3. Die Remastered Version, die ist mittlerweile, glaube ich, auch schon seit 2016 erschienen, also sieben Jahre alt. Also das könnte ich anfangen. Ja, oder ich zeige Stadio Valley. Muss ich mal sehen, was ich mache. Bin mir noch nicht ganz sicher. Aber ich denke, wenn ich nicht zu müde bin, heute Abend, ich habe heute sehr viel geschafft am Tag, chill jetzt ein bisschen. Also es kann sein, dass heute Abend, am späten Abend oder heute Nacht oder am frühen Morgen Morgen ein, zwei Videos noch folgen werden. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal viel Spaß. Wenn da was von mir kommt, versprechen kann ich nichts, aber ich versuche es für euch. Dann habt viel Spaß mit den Videos. So, over and out.